ARD Text im Auftrag von Funk Ist das an?! ARD Text im Auftrag von Funk Alle spielen im Garten! Fußball-Milk-Tomaten! Ketchup überall! Wo ist der Ball? So, der Nächste bitte mit der Nummer 6.374.326! Hey, ist ja genau meine Nummer! Guten Tag! Schönen guten Tag! Sie suchen also einen neuen Job? Ja, ja, ich so einen neuen Job! Name? Strippi Zinski Strippi Zinski Was haben Sie denn gelernt, Herr Strippi Zinski? Wer? Ich? Nee, mein Hund! Ihr Hund? Kleiner Scherz! Was können Sie denn gut? Nee, was kann ich gut? Na, was sind Ihre Stärken? Wie Stärken? Was sind Ihre Stärken? Worin sind Sie gut? Achso, äh... Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht so. Können Sie irgendwas mit Ihren Händen? Mit Ihren Hunden? Können Sie irgendwas mit Ihren Händen? Mit Ihren Händen? Was hab ich mit Ihren Händen? Herr Strippi Zinski, ich habe genau viereinhalb Minuten für Sie und Ihren weiteren Lebensweg. Können Sie einen Zementsack die Leiter hochwuchten? Eher nicht so. Können Sie Treppenstufen schleifen? Eher nicht so. Können Sie Prospekte verteilen? Eher weniger. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht auch Sie in Lohn und Brot brechen. Hurra! Oh, in Böbeling wird eine Stelle frei, als Besenbinder. Cool, Besenbinder! Geil! Was macht ein Besenbinder? Was ein Besenbinder macht? Ja, was macht ein Besenbinder? Das ist ein anderes Wort für Nobelpreisträger. Hä? Oh, wir hätten auch noch Hörgeräteakustiker. Was? Wir hätten auch noch Hörgeräteakustiker. Was? Hörgeräte, Hörgeräteakustiker. Oh, da habe ich was gefunden, das wird Sie begeistern. Cool! Was? Da wird eine Stelle frei als Flaschengeist. Flaschengeist? Ja. Im Morgenland? So ist es. Geil! Welche Qualifikation muss ich dafür mitbringen? Sie müssen lediglich in eine konventionelle 0,7 Liter Flasche passen. Kein Problem, bisschen Heilfasten, zack. Ja, und Sie müssen Wünsche erfüllen. Ich mache alles, außer Smoke on the Water. Gut. Ja, dann einmal unterschreiben, unten rechts. Mit Blut. Geht grad nicht. Wieso, können Sie nicht schreiben? Doch, aber mir kam grad ein neuer Song. Ich hör nur Schmatzen. Ich zieh schon Fratzen. Ich muss gleich platzen, es tut so weh. Am Buffet. Ja. 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 Ja.